Hallo und willkommen zurück zu GTA San Andreas. Ich habe mir das Frühstück gemacht. Endlich, was zu essen gefunden. Äh, wo waren wir denn? Wir haben gerade Ryder fertig gemacht, genau. Und jetzt, äh, ja, ich habe mir kurz auch eine Glatze geschnitten und so, ich habe nur kurz mit dem Chat noch gequatscht und jetzt geht es weiter hier mit einer YouTube-Aufnahme. So, ey, Arschloch. Gib mich mal dein Auto. Dankeschön. So, wir müssen weiter mit der Mission machen. Bei uns ist gerade jemand im Chat, der liebe Baron der Knuddelhamster, ein absoluter Ehrenmann, der sendet sich gerade, oh, jeder, der reinschreibt, der kein Zap ist, den mache ich mal zum Zap. Und ich so, oh, nee. Nee, absolut Ehrenmann. So. Oh, sorry, Bruder. Hab dich lieb. Hallo, schönen guten Tag, Officer. Fick nicht mit der Grossfühle, Alter. Oh, shit. Okay, mach dich kaputt. Alter, die sind von der Metro. Guck mal auf den Armen. Die sind von der Metro-Police. Krass. Also, ich habe etwas auf dem Board für dich, Junge. Es ist viel zu tun, Mann. Ich habe etwas auf dem Metro-Police. Ich habe dich später. Hoh, Leute. Scheiße. Oh, Karl. Versuch nicht zu töten, die mehr Respektive-Police-Officier. Bitte. Der Krieg hat sicherlich aufgenommen, seitdem du zurückgebracht hast, Junge. Ich mache meine Partei für die Gemeinschaft. Deine Tränen werden da in 5. der macht jetzt während der aufnahme die 850 voll das ist so ein absolut ehrenmann werde ich nicht wissen die lösung des metropolis die spiel gta roleplay und da spiele ich auch in den los landes metropolis habe ich jetzt so weit vorfahre ich bitte vor töten einfach mal den modus aktiviert so perfekt aber was hier um mich an waffen nicht mehr tuten kann gott ist das denn er ist jetzt gerade gefahren warum auf alle ja wo schießt du denn hin oh mein gott mit freigabe direkt erteilt instante pitt freigabe macht dich doch weg aller ich habe bin im jugo da du kannst du nicht töten ich fahre wollte nicht keine wollte das muss ein auto so eine sichtkontakt verloren einsatz gut für die 55 wieder gut eins nein wir brauchen wieder munition wir brauchen wieder munition wir brauchen wieder munition brauchen munition und eine beste ich glaube das nächste ist glaube ich schon das mit dem military base deswegen gerade da brauchen wir ganz 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 viel schutz ja wir machen das geht ja wir machen da gta ich weiß ich gibt es ex also also ganz ehrlich die extended version als wenn ich die jetzt hier ein bisschen modden könnte und so sagen wir könnten die rp machen und der character halt nicht nur sichtschmerz und auch andere wenn ja wirklich business modellieren also das quasi selbst erstellen kann den character also weil weiblich als auch mannig da weiblich wäre halt schwierig weil du halt keine weiblichen charaktere hast in GTA 5 hast ja die Frauenklamotten von da ist es von Online-Modus ich glaube ich würde es fühlen von 3 Staaten, das ist einmal hier Los Santos dann hättest du noch San Fierro und Los Venturas ja schon geil, komm wir speichern immer mal schnell auch da wieder voll Leben fett oder muskulös dann kann man beides werden wie man will ja Robbing anke Sam mich stört, dass in der Mission trotzdem Musik ist also dass jetzt gerade Musik immer runterläuft ich hoffe, dass das nicht dadurch geklappt wird wenn es geklappt wird, muss ich es cutten hab ich jetzt schon kaputt drauf ich drehe dich einfach ein bisschen leisamer, wenn Musik immer runter ist ich drehe einfach ein bisschen leisamer, wenn Musik immer runter ist ich glaube, das geht es nicht nein, das ist nicht das ha 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 denn du hättest die Hand auf den Lehrern für die Farbe geklappt ha 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 nein, das ist nicht das das ist auch nicht das das ist weil ich zu intelligent für diese Scheiße, Mann ich bin der reale Sache, Mann oh, verdammt ein Genie hohe, Mann Mann, 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 Mann der wird all dies machen, er sagt an so offensichtlich ist kein problem stehen und abfahrt so hast du den ocean docks das machen wir ab zum metro auf der metro der wässer die action Oh, wollte gar nicht wegdrücken, aber egal. Habe ich es gemacht? Habe ich es getan? Kann sich nicht mehr ändern. Ah, das ist das mit den... Ja, ja, ich öffne das Wehrhaus. Oh Gott. Alter, die Steuerung mit dem Controller ist ja der Wahnsinn. Ich bin gar nicht mehr gewohnt, geht ja mit dem Controller zu spielen. Darf ich auch steuern. Okay, jetzt fokuss ich das immer noch. Ja, es fokuss ich immer noch. Nice. So hat man sich eine Tour. Das funktioniert im Original und hier auch noch sehr schön. Oh, fuck. Wieso backt die eine da jetzt? Wieso wird die nicht? Wieso, beziehungsweise, besser Frage ist, warum backt sie nicht? Okay. Jetzt. Ich meine, es ist ja, die. Nicht JD. Nicht unsere JD. Ja, Ryder. Ryder wird da aus einer Rad erschossen, Alter. Na komm. Oh Gott, helfen. Hast du ihn jetzt? Hast du ihn gekriegt? Gut. Darf ich jetzt weitermachen? Mein Gott, so blöd, Allah. Aber die Jadis werden doch trotzdem mit Y geschrieben und nicht mit J. haben wir es gleich, haben wir es gleich, wir haben es gleich. Was sagen sie da? Ja. Und nice. Wir haben es. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde, also in GTA-Standress muss ich da nicht mit Controller spielen, weil, das habe ich früher auch mal mit dem Controller gespielt, so ich habe es früher auf der Xbox gespielt und auf der PS2. Oh, meine Krate. So, gucken wir mal. Was ist gleich los? Ah, scheiße, ich habe gedacht, ich kann nicht rüber. Oh, nie Glück. Oh, fuck, es war ein riesigen Umweg. Das war ein riesigen Umweg. Oh, den einen habe ich. Er sagte, wir haben, ja, wir haben ein geheimes Lager, das ist doch einfach hier Dingens. Emmett. Habe ich da aber schon gestört. Ich kann auch Ryder am besten verstehen. Muss man auch mal sagen. Muss Ryder am besten verstehen. Er will, was für seine Homies machen und so. Oh, fuck. Oh, shit. Fuck, fuck my life, Alter. Kommt die denn plötzlich her? Einfach RDM. Wir sind in einem Blue Van. Wir sind in einem Blue Van. Hä, ich habe gar nicht geschossen. Warum geben Sie den Polizeifunkdruck, dass ich das eigentlich... Hä? Okay, für Caesar brauchen wir da noch einen schönen Lowrider. Wir machen es zum Schluss. Wir machen es erstmal Big Smoke. Wir wollen ein bisschen Kohle kriegen und so. Ja, das war wirklich so, oh, shit. Ähm. Machen wir jetzt erstmal noch weiter. Also ich weiß nicht, wie viel wir machen. Ich glaube, wir beenden einfach Los Santos heute. Ich glaube, das war es dann einfach. So. Dann müssen wir nochmal Mookie-Training machen. War ja eh gleich am Gym vorbei. Dann würde ich sagen, machen wir dann noch schnell Mookie-Training. So, dann haben wir gleich wieder hier noch Munition. Für die nächsten Mission. Oh, da kommt... Es kommt noch leider... Oh, es kommt noch leider... Oh, es kommt noch leider die Zugmission und so, ne? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Aber egal. Ey, sweet. Ich schleppe mir mal ein Auto, ja? Biss ich. What, bitch? What up, bitch? So, dann schnell einmal... So, jetzt keine gibt's, danke. Noch einen. Alter, hast du die Dosen groß? Guck mal, wie groß die Dosen sind, Alter. Holy shit. So, dann ein bisschen trainieren noch. Faxe. Ja, wirklich. Falle weg, die Scheiße. Aber wir machen weiter Muskeln aufbauen. Wir kriegen Respekt. Und dann Muskeln und danach dann gehen wir in die Kondition. Ich bin vielleicht ein Athlet, Alter. Weiß Bescheid. In real life. Kappa. Ging das da noch einen anderen spielen, oder ging das nur uns an Andreas? F4 habe ich nie gespielt. Ich frage mich, wie viel brauchen wir noch? Ich frage jetzt. Ich weiß nicht, ich kenne es nämlich auch noch aus, Andreas, das Ding so. Oh, es klingelt gerade an der Tür. Moment. So, jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert. Jetzt habe ich jetzt das gerade geklingelt an der Tür. So, es war aber keiner da. Also, es waren ganz viele unten. Es war einmal eine ältere Dame unten und ein Nachbar von unter uns. Hat er noch ein Paket in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob er es für mich angenommen hat oder so. Keine Ahnung. Ob er das jetzt einfach genommen hat oder so. Weil es hat geklingelt, es war keiner da. Einfach nichts. Ich habe auch nichts bestellt. Das Einzige, was kommen würde, wäre halt maximal der Akustik-Schaum. Erstmal kurz die Tür ein bisschen offen. Also, kann man eigentlich, nachdem man fertig ist mit Muskeln, nochmal weiter trainieren? Hier, wie Ding jetzt? Keine Ahnung. Ob er jetzt einfach geklingelt hat, mich abzufuckten, der Nachbar oder so? Weiß ich jetzt nicht. Ne. Weil jetzt habe ich nichts gekriegt, hier gerade. Kurios. Naja, oder er hat es einfach, ja, nö, nö, nimm sie mal mit hoch, bitte. Danke, tschüss. Sein Nachbar und hat es dann angenommen. Aber der Nachbar unter uns hat er die Scheiße nicht mehr an dem Sache. Auch wenn ich ihn mal sehe. Er braucht sein Kram nicht mehr annehmen. Ich möchte gar nicht, dass ich mit ihm was zu tun habe. Kurios. Ich bin mal gespannt, was da jetzt rausgekommen ist. Ich weiß, ob Michelle was bestellt hat oder so. Müsste ich sie mal gleich fragen. Ja, du weißt, Jeffrey's been somebody's bitch for the past few weeks, right? I know. Hey. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah. Pick up, Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What's Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. What? You better? Fuck where you going, Howard. Good to hang with you, brother. I'm sorry. I get a little tips. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. What do you do? Anything. das ist das mrpd glaube ich glaube dass das mrpd das mission guck mal hier der würfelpark ich weiß nicht, dass das Essen kann nicht ernst sein ey, was passiert mit dir, jeffrey? ey ey man, es ist O.G. Loke, homie, O.G. Loke ah, ah, my bad, wie war es, homie? man, was du denkst, wie war es? ey, chill out, dude, so, wie willst du jetzt machen? man, ich muss zu töten einen tollen motherfucker, er ist das zu mir, man ey, jeffrey, ich dachte, du gehst nach college man, fuck you motherfucker done stole my rhymes he's in East Flores ey, give me a strap man, won't you stall us out with that shit to get in the car, you fool Abfahrt der mission war auch nervig vor allem, wenn der wirklich bis zum ende kommt, steht einfach ne gang von Vargos so mach dich weg so, alles umbringen man, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin ein Gangster man, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin ein Gangster komm mal, lass uns Loke lass uns Loke zu lösen mit Casanova hey, ich bleibe mit Jeffrey ich meine, Loke okay, cool ich sehe dich wieder auf dem Set okay, cool, ich sehe dich wieder auf dem Set abfahrt oh ja oh ja hey, yo, give me back my rhymes, you thief I'm gangster you dropped the soap, sugar I don't know nothing about any rhymes hey, hey motherfuckers making a rhyme for it der her schnell hey, Loke, get back here, nigga, you crazy oh, ich wollte eigentlich losfahren ich hab schon mal wieder fahren oh, chase me oh, wir fahren da ja in Granaten vorbei, ne ja, ja, ich erinnere mich da halte ich immer an, um die Granaten zu holen hier war das, ne ne, wo waren die Granaten gleich da vorne Loke, können sie mal schießen, ne come on, honey, I'm losing my patience shit, Ali, jetzt kriegen wir hier noch richtig Ehrgeiz hier mit dem Kopass Alter, wie er die auch wegkriegelt ohne Rücksicht auf Verluste einfach VDM Ich hab ja keine Munition mehr, ne wie ist ja kack Mission ich hab ja keine Munition mehr, ne Alter wow wir fahren noch weiter typischer gewollte Fahrer oh, Mann, Alter, wo er langfährt oh, Mann, Alter, wo er langfährt ich schenk mirNT wie schwer die Mission war stimmt was war Wochenmarkt, das ist leichter Yes! So much for a burger short Come on Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da Oh shit Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Nice Ich habe vergessen, wie lang doch das Spiel ist. Oh Gott, das Spiel wird echt lange dauern Das Du hit me, asshole Auch ein schöner tragischer Eich, ne? Ja, wir machen das Big Smoke erstmal zu Ende Was willst du denn jetzt? Was ist denn ihr Problem? Was ist denn da von den Drogendeal? Dann fahren wir mal so rum Nice Weißt du, ich habe noch nie gespielt Das ist doch nicht für die PS Für die PS Irgendwie Äh, für die PSP War das die? Aber wir können auch eben Laub machen, wenn wir schon mal hier sind Get in it Vielen Dank.